Herzlich Willkommen zurück zu einem neuen Video zu Valorant. Ich weiß, dass ihr meistens Ranked Matches sehen wollt und gerade in letzter Zeit haben wir wieder sehr viel Ranked gespielt und wir haben auch einen sehr guten Run in Valorant momentan. Neben den normalen Ranglistenspielen steht aber auch bald ein Showmatch an und zwar unser OG-Team, also mit Gip, Electro, Dardosh und Items gegen Team SchweineAim. Der Showdown wird am 5. September stattfinden und da bereiten wir uns gerade auch etwas vor. Jetzt in dem Video soll es aber normal um Ranked gehen. Wir sind momentan Stand auf Immortal 2 und wollen weiter nach oben. Immortal 3 Radiant, mal schauen wo es hingeht und wenn das Video gut bei euch ankommt, gibt es nächste Woche das nächste Ranked Video und dann immer weiter, bis wir vielleicht das Ziel erreicht haben. Lasst auf jeden Fall gerne ein Like da, wenn es euch interessiert. Ich würde mich sehr freuen, die Stimmung war auch sehr gut und falls es noch nicht getan hat, auch gerne ein Abo, würde mich freuen und viel Spaß. Los geht's! Okay, Madara Uchiha, der weiß natürlich mehr als alle anderen, der ist auch Immortal 1, schreibt seinen Namen auch nicht groß. Das wäre nichts. Würde wir Hooker machen? Hooker, Hooker, Hooker? Oder? Ich würde es für lang geweuert. Ich würde es für lang geweuert. Auf long. Ich würde es lang geweuert, deshalb. Ich habe gerade noch die neue Folge Naruto geguckt, eigentlich ist er ready. Hochheel? Hast du walled oder so oder ice? Irgendwas? Zwei noch da. Beide. Noch einer. Zwei noch, beide. Reaktionen wie dead fish. Oh, junger, alter. Pass auf, Madara dead noch. Einer ist vor Mitte, der könnte A gehen noch. Einer könnte A gehen. Die hat dieses Step A. Die rennen beide kurz, die rennen beide kurz. Lass zusammen Vitex spielen. Ey, lass mich über CT kommen. Über T. Über CT. Was ist das denn? Lenden, am Truck. Glaub ich abgebrochen. Spike platziert. Ich habe noch Flamszone. Flamszone. Ja. Wieder zu dritt oder so rein. Ich smoke kurz weg. Timing nochmal. Ein Gegner in Dreck. Ich habe Toilets flanked. Lubecker. Let's go. Ja, Toilets flanked. Als wir der Toilets flanked hätten. Hätte ich gebeten. Was hat das denn Timing? Na ja, das ist halt so, keine Ahnung, gar nicht so ungewöhnlich, dass du halt einfach Toilets zurück, also dass du halt kurz zurück gehst und Toilets dann kommst. Naja, aber wenn die sich eine Wall Plays so 2 gegen 4 spielen, dass wenn der Toilets geht. Na eh, aber du weißt das halt nie. Es ist halt Uchiya Madara, ne? Also, schöne Buchen, da kommt die. Ey, was ein Timing, Alter. Ich zieh da rum, Alter. Auf einmal kommen da drei Leute rum. Ja, sorry, da konnte ich nicht mehr helfen. Der Roboter war halt irgendwie wild. War schon glücklich, damit er jetzt zwei Leute gemacht hat. Ja, das war wichtig. Wie auch immer. Im Laufen, im Rückwärtslaufen, weglaufen. Aber dass der Roboter dich nicht, also das war ganz freiwillig. Ja, der war halt im Eis drin, ne? Der konnte mich nicht so schnell pushen. Ah, true. Ja, das will da rum. Was ist deine Camp? Null. Ja, ich hab gerade meine... Da kommt was rüber, erst mal deinen Eis. Bleibt mal so, wie ihr seid. Ich hab Hooker, nur wenn die rausbringen. Ja. Und alle bei euch wahrscheinlich. Mäbi Market noch. Bitte kurz. Der letzte ist ja kurz. Junge, Alter. Fabulös. Vor eurer vier Stunden schlafen. Oder sechs. Vor eurer sechs Stunden schlafen, Alter geht rein. Drei. Na gut. Bisschen weniger als acht. Bisschen weniger als acht. Kannst du dich schön weitermachen da, ja? Ich bin ein bisschen verkatert. Ah, okay. Bisschen verkatert, ja? Leute, ich hab der... Und ich dachte, ich hätte die Race gar nicht getroffen. Kannst du die... Ich hab die nur zwei... Dexchen 90. Ja, ich hab irgendwie ne 44 damage gemacht. Lass noch mal vielleicht Hooker spielen mit den kleinen Waffen. Jop. Ne, lass lang machen. Lang ist geiler. Ja, jetzt ist aber... Okay, ich spiel Solo Hooker. Ist auch gut. Dann komm ich doch lieber. Da kommt was kurz, Roboter. Kamera, die haben wir recht weg. Kamera hab ich weggemacht. Vollmoke. Wegen durch. Marke guckt man. ключige Bruder. Ich wurde halt wild gebankt aus Katas. Holy shit. er steht close die hören dass da hoch gewollt wird alter und lucky ich führe ich muss ihn mal dringen ach ne das habe ich auch nicht gesehen so der hat lucky weiß ich aber auch sicher ich nehme den ulti punkt noch dort habe ich ulti würde an sich schon wenn sie diese klo stehen würden woher will er wissen dass das ein 300 über 2 wollen aber das wird er los lang und lucky ab 200 gehört mit kämen dann spottest du kurz lang wahren b brimstone lang und race und sci-fi im hooker ich bin jetzt hier da ist aber nichts nur zurück wenn du mir die ult abhält wenn du einmal so halb ct doch oben auch der box drauf hinten lang noch garten und psychon noch im hooker Er ist, er, die checken mich beide. Er ist schon raus. Ich geh rüber, ich geh rüber. Poker Bomber. Was? Close, close Elbomb. Oh, ist das unglücklich, dass er schon raus ist. Wie hat's denn angejiggelt? Der Peak ist advantage. Erfress. Rechts offside. Rechts los. Selte. Noch nicht gelegt. Elbomb, Elbomb, Elbomb. Elbomb, Elbomb, Elbomb. Vielleicht hinter euch spawnen. Noch 30 Sekunden. Elbomb ist raus. Das ist meine Schuld. Schön. Kein König bist du. Keine Bude. Äh. Der Spot noch brustgeschuft. Ja, ja. That's bad. Kannst du so leben, Nico? Ja. Geht vielleicht weiter hinten. Ultim sollte nicht hier vorne so close. Ich werd's meine Wire Staff machen. Die aggressiven Wire Staff, die sind nicht so geil. Ich hab mich kurz gemuted. Schönen guten Morgen Chat. Schön, dass ihr da seid. Danke fürs Zuschauen. Danke auch schon für euren Support. Von den Rängen her ist das wirklich ein ganz wildes Matchmaking. Ich muss voll drin sein. Schönen wir mal. Vielleicht können wir da nicht. Ja. Ja, ja. Ich werd dich halt daten. Klappen zu. Ab und tot. Okay durch. Klappen nach. Wecker, Smox. Meine Wires stehen noch. Puscht durch. Oh, ich hab ihn. Der Ulti. Der Ulti. Der Ulti. Er ist noch. Ach Mann, was ist mit dem Edelweiß? Er ist immer noch in Toilets ganz hinten. Legen, legen, legen. Er gibt mir einen Zweifel. Edelweiß habe ich. Lamps, Lamps, Lamps. Einer. Zwei, drei. Noch einer. Noch einer. Ging einen. Ging einen. Adder auch, oder? Nee, ist kurz. Ja, ah. Ah, schön. Ach. Danke. Das war ein Spray-Transfer, wie er im Buche steht. Ja. Kannst du so? Lehrbuchseite 13. Spray-Transfer. Ach. Ach, dick. Als wir sehen müssen, was er mir gegeben hat im Drive-File. Ich versuche ja ernst zu bleiben, aber das ist einfach so spaßig. Hast du eigentlich einen Kevladalu? Das ist aber ein Bug. Ja, ja. Das ist ein Bug. Also ich hab... Bei mir hattest du zum Beispiel auch gar nichts. Ich nehme jetzt wenig Geld, ne? Ich versuche die. Ich versuche die. Ja, klar. Ja, ich hätte auch droppen können. Alles gut, ne? Wir haben alles. Geil. Lass mal vielleicht B echt nur auf die Camps spielen oder sowas, weil die haben... Ich müssten den A-Execute öfter machen. Beklappt. Ah, die haben Pistols heute. Das Ding ist nur, wenn wir... Hooker, Cypher? Am Hooker. Wenn wir zu dritt B spielen und so deaf. Ich bin gesprobt im Elber. Trimps und clothes lang. Ich smoke lang. Ich seh noch nichts im Hooker. Das war so bad von mir, my bad. Bereit fürs Höllenfeuer! Alles klar. Boah, das ist so bad von mir. Da noch Zeit raus. Er hat ne Waffe. Boah, ist das bad von mir. Schön. Lang, lang raus. Richtig. Minus 60. Ne. Also, no. Warte da. Ist dann. Beweifed. Beide Hooker. Beide Hooker. Beide Hooker. Beide keine Waffe. Immer noch nur Tistol. Ein Geiger. Föhniger. Hooker Links. Ja. Geil. Schöne Runde. Lasty Business, alter. Schöner Prefire Shot da. Mann, ob ich Bock habe. Ich werd gemoll und unter der Nacht gebrimstone ultied. Ob ich Bock habe. Alter, der Brimstone hat mir grad einen Flickshot gegeben. Leggst du mich am Arsch. Ich hab so Bock, alter. Intaktive Ego. Aber der Cypher ist halt auch wieder maximal lost. Was der da macht. Der kommt hier einfach Hooker raus. Gesegelt. So irgendwie. Und Bunny hoppt dann einmal so across the map. Ich geh hier um die Smoke. Jetzt passt auf. Er schaut so. Tod. Oder? Ja, das sind diese Deagle One-Tabs, die halt manchmal einfach reingehen. Aber was für ein Teil. Leggst du mich. Jawohl, let's go. Was ist mit Nikolaus? Mach du mal vorne. Bleib mal vorne. Mach du mal vorne. Da kannst du Wold und Reweilen. Kevin Hooker. Spike Drop for Hooker. Einer ist mit Kavis, glaub ich. Wollen wir lange gegen gehen? Einnehmen? Ne. Mach dir das da auch dreimal machen. Schön, Mann. Kavis nix. Aber ich hab so viel gerne geholt. Du hältst kurz. Ich mach Kavis. Ja. Ausgelöscht. Vielleicht noch einer. Na, wo verstecken sich denn alle? Ja. Cutters ist Brim. Da ein Reset lang. Bef, nimmt den Orb jetzt. Der hat hier irgendwie gehen ein. Brim ist schon da. Also Cutters. Down. Letzter kurz. Letzter war kurz. Könnte vorne sein schon. Jetzt salven, oder? Er könnte. Er könnte. Das macht. Ich bin schon. Ich bin Höhle. Wir haben ihn grad nicht mehr. Wir haben ihn grad nicht mehr. Wir haben ihn grad nicht mehr. Schön. War der auch noch Cutters, oder was? Ja, aber er war kurz. Er ist zurückgang. Ja. Schön, Jungs. Wer Hilfe braucht, den wird er heute. Stocktart. 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 Boa Junge, das muss es doch jetzt sein, Alter. Weil das Game hochgewinnen. Das würde ich noch nicht sagen. Also Tag ist halt alles nur. Also Defense ist hier schon stark. Vor allem wenn du halt eine AWP hast. Und die sind wirklich nicht schlecht. Lektro, bleib mal. Lektro, geh mal AWP. Kannst nicht mal die Smoke wollen. Wenn die B-Polexe kürzen. Hab ich schon mal gemacht. Haben die auch am Schirm. Also. Triple Q. Hooker Roboter. Hooker Red. Laum close durch. Zwei Hooker. Einer Headshot. Drei Hooker. Und einer Laum. Hab ich selbst zum Teufel geslowt hier? Minus 140. Minus 100. Minus 70. Jetzt, ey, wo kannst du lang halten? Es sind noch zwei Leute low. Einer lang und einer. Ich glaube jetzt der lang, ja? Es sind low. Minus 140. Der Brimson hatte bei mir einen Bug, dass er gefehl wurde permanent. Ja, plus eins. Ich hab's auch grad gesehen. Vielleicht war das ein Feed? Von den durchgehenden Heiler. Und den hält auch so wie geht der ist, wenn ich der Sage gerade den Hedger den Hooker gedrückt hab. Ja. Das sah bei mir aber genauso aus auf dem Screen. Ich hab' ich auch gewundert. Ja, aber das gibt's doch mega oft so, dass es so aussieht, als ob da irgendwer geheilt werden würde. Einfach so ein Regeneration-Sheet. Fällt nicht auf. Selber heilen. Wollen wir nochmal Triple Hooker spielen? Ist eigentlich geil. Solange die Cypher-Camp kaputt macht. Lass' einfach rausfahren, oder? Ja, ich werde rausgefahren. Dann spiel' ich defensiv auf Rebirth. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Abpacken. Oh mein Gott. Die rennen auf. Die rennen auf. Aus der rechten Kopfschirn. Da steht der Close. Das ist jetzt oben. Schön. Haben gewollt. Close, rechts irgendwo noch. Ein Stopp! Rechts weg. Lampe, Lampe, Lampe. Ne. Bombeant. Okay, links close. Die kommt wieder dahin? Genau wo ihr seid. Boah, da zackt jetzt. Spike platziert. Ja, 10 HP. Geist. Links. Links und rechts. Links. 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 Timing. Hast du die off-Seifer gar nicht gehittet, Tim? Hey, ich bin fest davon ausgegangen, dass der rechts ist, irgendwo. Wir sind's hier, weil wir die Besten sind. Vergeist das bloß. Wie die Sage die Ult überleben konnte, ist. Das war insane. Wir könnten auch mal Hooka rausziehen. Klar. Wir müssen halt AWP haben und uns anhalten da. Oder ich Ulti hier unten einfach auf ganz freie Weise. Ich glaube ich ein zu großer Gamble, um die Ult zu verschwenden, die würde ich eher für Retag verwenden. Ich würde nicht noch mal rausfliegen, lass mir einfach den Hooker chillen so. Leifer-Camp kaputt machen, Roboter kaputt machen und so, das ist eigentlich ein gutes Setup. Und sie geht auf die Cam. Die Race geht B lang. Klappe zu. Apfel tot. Ich komme aus. Wirst, dass ich hier bin. Lang. Ich gamble mal, dass es B wird. Lass den Himmel leuchten. Der ist raus, der ist raus. Einer ist noch vor TP. Fort TP linke Seite. Noch einer Spot? Der rennt weg gerade. Da habe ich jetzt aber alles gesehen. Zwei Leute da weggenommen, Alter. Wir sind Valorant. Der vierte, der andere kriegt auch noch 115 in vier, Alter. Der vierte, der andere kriegt auch noch 115 in vier, Alter. Lass mich mal für einen kaufen. Inf. Hattest du an? Hattest du an? Hätte ich gerade nicht den Fehler gemacht und hätte er in Labs gestanden. Wendel probieren. Jo, ich wäre büms so ein Ulti, glaube ich. Einfach nicht Lampe stehen zu. Einfach auf dem Schirm haben. Auf geht's, auf geht's, auf geht's. Ich verlass dich auf mich, Alter. Ich glaube, dass sie nochmal ihren A-Go machen. Ja, der klappt auch wirklich gut. Und die planten sehr delayed, damit meine Nate nicht... Einer vor der Smoke, ich bin Gold. Roboter kommt lang vor. Hey, Konzi geht einfach weg, oder was? Naja. Seifer, Hooker. Noch einer Hooker. Scheiße. Einer B lang, einer Hooker. Hooker down. Einer müsste noch über A lang kommen, irgendwo. Der kann dich abfangen. Ja. Scheiße. Einer TP. Einer. Beide. Und einer war Hooker. Weiter sind wir die Cam gefickt. Der war voll Amps. Levin. Start. Einer Bank hinten. Ein Gegner. Letzter Leger. Wo verstecken sich denn alle? Recher Ult, gefällt mir gut. Dampe. Lamps. Ich hab noch zwei, vier. Da steht rechts. Ziel an. Komm rechts, was? Nice. Oh, letzter Schuss. Sorry, Scrox. Ja, ist gut, alles gut. Aber wie du das gesagt hast, da hab ich schon gedacht. Okay, hier bist du. Operator League, ne? Ich hab die mitgenommen. Ah, ja. Dankeschön. Ja, tut mir leid, ich hatte so... Die Race war doch auch lang und du bist in der Ult. Scheiße, du bist am A. Ich wurde hier einfach, obwohl er mich nicht gesehen hat, ich wurde hier einfach gepreshotet. Ja, aber das ist ein Standard-Spot halt. Ja, aber das ist ein Standard-Spot halt. Du hast wieder Ult. Die werden jetzt, wenn sie nochmal den Argo machen, ich spiele direkt mit A. Mach mal. Geh mal wieder. Das hatte ich noch nie gemacht. Was der what? Oh. Oh. Ich... was? Lampe schon drin. Phönix Gaming. Igel. Bereit fürs Höllenfeuer? Kurz close, minus 80. Ach, wieso tepp ich nicht? Planten nicht mal. Ja. Planten die wieder weg? Wart fast so aus, ja. Ja, ja. Der Sitter misspawnt, deshalb. Ja, ja, das haben die gut. Die wollten nicht planten. Ehrgerlich. Und ich hab da so einen schönen Move, aber vor allem leider einfach wieder... Ja, das hier mal wieder und da auch full exekierten. Inf macht es, warte kurz, Inf will noch eben seine Stats aufbessern. Bumm. Ja. Ja, schön. War der minus 80? Ja, schön. Alle 1 HP, auf geht's. Hier kann ich rum. Ach, Mann, du. Auf Heaven steht einer. Schade. Einer ist Aladin. Und Lampe. Einer wie weit. Und einer wie weit kurz. Das hätte ich machen können, ne? Eigentlich ja, wenn ich nur Jiggle und den unten seh, dann mach ich den unten weg. Dann geh ich auf den Lambs und dann auf den Heaven. Ja, genau. Und dann wird er auch rüber hinter dir. Weil er dir vorbeigeschlichen ist. Ja, das stimmt. Und dann wär ich von hinten geschlafen. Und dann ist easy. Der letzte war 100 pro Toilette. Da haben können. Da haben können eigentlich. Haben wir alles gesagt, was du wissen musstest. Mit nem Jiggle wärs tatsächlich möglich gewesen, wenn ich das unten seh. Ah, jetzt einfach mal gehen. Ah, execute oder was? Ja, ja. Ah, das haben die echt gut gemacht. Das hab ich in der Hinsicht so lame, in Anführungsstrichen, noch nie gesehen. Geht doch um den A-Go. Ne, diesen A-Go und dann aber das Go nicht ausführen, so. Achtung, Roboten. Komm zurück! Hey, Nico! Ich dachte, war's kaputt! Wollt ihr den töten? Oh, scheiße. Das haben wir, wo die Nade ist. Die gibt mir 90 damage. Ey, ihr müsst abbrechen sollen. Hätten sollen. Haben wir noch die Smokes? Die müssen die gleich weggehen, ne? Der piekt da wirklich in den Molo. Äh, der piekt da wirklich ins Eis, Alter. Der ist schlecht gebetet. Der war eines für Lamps, oder? Bis mich Lamps halten? Ja. Ja, kommt raus. Ich bin blind. Oh, schön. Oh! Geht dp gehen, oder? Lass tp gehen, oder? Ja, lass tp. Gtp, schnell. Voll die Lampe kommen. Müsst ihr alle drei sein. Ja, waren auch alle drei. Weg mit dir. Der erste Bad. Wo denn? Helmung von links oben. Hinter links oben hier. Schöner Head-Up Shot. Helmung kommt. Helmung. 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 Wird was tot? Wird der Bombe Das ist eben der Call, den ich vermisst habe. Boah, Focus, sorry. Let's go. Wie gesagt, Attack könnte noch ne harte Nuss werden. Wenn Sprock sich da jetzt nicht von dem Raze-Roboter holen lässt, damit der im nächsten Patch nicht genervt wird. Ja, auch nicht wieder genervt. 115 Damage. Let's go. Sproker peaked. König ist da. Zeige was denn. Oh, Alter. Falls der rumzieht. Aua. Ich hab keinen Heal. Nein. Wir warten das. Hatten Header Lowdown. Nehmt ihr die Waffen, ich hab nur 50 AP. Ich nehm die Specki hier, die kleine. Tim, vor Aladin liegt noch ne Waffe. Alles gut, ich muss spawner jetzt noch. Oh, I'm having. Ähm, I'm dead. Wo? Ich hab noch eine Schraube. Und CT. Lampe, König, dead. Let's have. Letzter war Heaven. Immer noch Heaven. Ich find das gut, boah. Und Kost. Das war eine Wind. Ich hab's ja gefordert. Ich hab's ja gefordert. Ja, nette Bomben da, Alter. Schöne Boden, Infos Maximus. Ja. Er hat's zwei Mal komplett übern Spot geschillt. Das war einfach nur wegen der Pistol-Round, ich war sauer. Ja, der Bumson, der wird, glaube ich, jede Runde buffen pieken. Lass irgendwas zusammenspielen, bitte. Können wir jetzt hier pushen, ne? Ich hab nur ne Specki. Du stehst genau vor mir, wirklich! Ich hab mich extra hingesetzt, dann. Double Bait, Shotgun, rechts auf der Kiste. Äh, beim Wagen? Aua. Die kriegen von mir nicht Specki, also ihr könnt das aber ignorieren. Die Nate-Race ist schon, äh, Race-Nate ist schon raus. Ja, die Race, die war bei Barfum. Ich will halt ungern in Barfum reingehen, weil da ein Fortchipkloß stehen kann, Alter, hab gar keinen Bock drauf. Schöner Flick. Mach schon raus. Heal wär nice. Kannte blend. Kannte blend bitte. Kannte blend bitte. Okay, wir müssen... Einer muss Lams einnehmen. Ja. Ne? Kannst du flashen? Ja. Seht den, glaube ich. Seht den, glaube ich. Seht den, glaube ich. Seht den, kommt raus vor Helams. Lampen drin. Heaven der andere. Heaven letzter. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Eine meiner Kameras ist kaputt. Ach, das ist immer so... Ich nehm mit der Toilette irgendwas. Lass der eine sich absichtlich sterben, damit hier der zweite mit der Shotgun in die Ecke und sich ins Fäuste macht. Ich glaube, er wollte gar nicht sterben, aber... Er kam halt schon weit raus und der hatte ja kein Backup. Deiner hat ja wirklich gewartet. Ah, von Bait. Ähm, Bait. Von Bait. Bait ne Bastarde. Bait? Ein Operator? Ja. Hat der wahrscheinlich keine? Ne. Ne. Der muss halt Utility shoppen, der Dude. Der muss Raubattag mitmachen. Ne, hab ich doch! Ja, ich... Ich wusste, der hat ja nur Titel mir ist. Oh! Noch einer! Noch einer! Noch einer! Wir haben drei, wir haben drei Ult... äh, wir haben drei Dinger hier bekommen. Zweifahrt AWP auf B. Bombe vergessen, Bombe vergessen. Brauchen wir sie? Wir werden Tunnel. Ein Gegner... Weißt du AWP? Heaven, glaub ich. Da war mir grad nicht sicher, ob jemand hinter mir ist. Waren die schon so schnell da? Naja, die sind durchgestritten. Die krassende Radler waren das, ja. Lass uns diese Versammlung auflösen. Ja, aber der Bait hat halt so gut funktioniert, alter, auf den Wirbssonder. Für den Kähm, Alter, dann steht da schon close vor ihm. Er will jetzt eh nochmal rum, toller. Ja, ja. Hat er ja schon in der Pistolrunde gemacht, also wusste ich ja, dass er das macht. Das macht das nicht mehr. Jetzt müssen wir das runter spielen. Die müssen hier rein forcen, und das heißt, die werden hier mit Semi-Kack-Waffen spielen. Einmal in der Woche ein Orgo. Wir werden noch mal eine AWP haben, denke ich. Ja, wir können Lapp holten. Ja. Ja, das wär mal gut, ja. Let's go. Nein, er ist los. Okay. Spray's late. Halt, minus 70. Kannst du reviven. Ja, ja. Ich weiß. Ich schick den Roboter mal nach hinten. Du bist noch nicht fertig. Oder refrag aber. Drei gegen drei. Wollen wir jetzt nochmal, vielleicht Richtung B arbeiten kurz? Ich würde einfach warten und dann late gehen oder so. Ja, auch gut, ja. Dann wir E-Wires noch. Wir können auch alles abzählen. Ja. Setz mich hin. Er pusht kurz. Was? Ich mach nur die heiße Smoke. 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 Ich hab Lampe gerade. Ich hab Käfig noch. Ja, für was? Für unten. Außer wir brauchen ihn nicht. Ulti Lamps und dann... Keiner hat hinten. Nein, doch. Ob wenn eine Lämpf steht in seinem Namen. Lass den Himmel leuchten. Heaven. AWP Heaven. Oh. Hack. Wollen wir nie ganz. Das wird Snacking sein. War das frei? Ich dachte es war nicht frei. Ja. Ich hab etwa noch geguckt. Käfig, Käfig ausgelöst. Ich habe den Spike... Oh. Ist das unglücklich, Mann. Das war wirklich unlucky. Ich dachte nicht, dass die Ecke safe ist. Alles gut. Bleib bei meinem Steak, dann machen wir sie platt. Ich hab mir extra eine Smoke geschlossen und dann failed. Ah. Schade. Geil. Die haben trotzdem Lohmanni. Die haben eine AWP gesehen. Die werden jetzt auf Heaven stellen. Das heißt, wir können die voll exekuten mit Heaven Smoke. Die werden trotzdem Lohmanni haben. Die waren da eben zu viert auf A, oder? Ja. War auch erst delayed. Ich glaub drei waren Anfang an da. Der... Boah. Die haben halt Sage mit AWP aufm B. Ne, der Cypher war, oder? Der bankiert, oder? Hilf mir doch! Och, Mann. Der ist wieder Heaven oben mit der Operator. Wurde dann nicht so schnell vorgehen. Ja, das hat... Jetzt der Man-Wire? Das verhebelst. Der ist Hooker raus. Gegner am Boden. Was? Ich hab Ulti. Ich hab Ulti. Safe und Phoenix waren B. Viel kurz. 2 noch A. Einer Slams. Sehen wir jetzt. Einer B. Nur Seifer. Phoenix. Phoenix? Das war hier. Er hat aber auch Hits, oder? Das hätte ich mal 150. Nee, der hat der Ult. Kamera um links wieder. Ist weg. T.T. Sage. Oh. Ich hab Headshot. Noch einer. Sage und Phoenix noch da, ne? Ja. Sage ist aber im L. Phoenix ist irgendwo auf Spot. Aus dem L. Linke Smoke. Ja, ja, ja. Kann wiederbeleben. Ja. Jawoll! Brimstone CT. One. Kann doppelpeaken. Low AP, minus 93. Oh. Er kann nicht die Waffe wechseln. Muss mit Operator spielen. Nein. Oh. Ja. Ich hab mich jetzt auch eigentlich wieder nur tappen und so. Ja. Da bin ich jetzt auch auf der Welt hier. Der ist One-Hit. Schön. G. Schöne Runde. Mit's Game. Mit's Game. Hoffentlich wird's noch ein Greatly, auch wenn's 12-5er. Ja, ja. 12-5 ist eigentlich. 13-5 ist eh gut. 12-5er, 13. Wenn noch. Ach. Nur nochmal. Ach. Und... Wahrscheinlich brauchst du die eine Runde. Hm. Kalt noch.